Das Zweistromland im heutigen Irak. Hier zwischen Euphrat und Tigris stand einst die Wiege der Kultur. Vor über 2500 Jahren erhob sich im Herzen dieser Landschaft eine gewaltige Großstadt, Babylon. Ihr Herrscher machte die Metropole zu einer Stadt der Weltwunder. Sein Name Nebukadnezar. Die Bauwerke, die der König vom Euphrat schuf, wurden zum Mythos. Wie der riesige Turm zu Babel, der die Fantasie der Nachwelt erregte. Nur Schutt ist zurückgeblieben. Lehmstaub, aus dem die Archäologen aber heute das Wissen der versunkenen Welt bergen. Moderne Technik konserviert die Zeichen tausender von Schrifttafeln. Wissenschaftler entschlüsseln die uralte Keilschrift. Das versunkene Babylon ersteht wieder neu unter den Händen der Wissenschaftler. Und mit ihm die Erinnerung an Nebukadnezar und das Sternenwissen der Babylonier. Die Wiederentdeckung von Nebukadnezars Welt. So wie in diesen Spielszenen hat sie sich vor 100 Jahren zugetragen. Der französische Konsul Henri Ponyon durchstreift damals den Libanon bei der Stadt El-Hirmel. Auf der Suche nach alten Kunstschätzen. Zweieinhalb Jahrtausende zuvor waren hier die Truppen Nebukadnezars eingefallen. Ihre Beute wertvolles Bauholz. Die Zedern des Libanon, die einst wie ein Urwald das ganze Land bedeckten. Henri Ponyon vermutet, dass sich das riesige Babylonische Reich damals bis hierher, bis an den Rand des Mittelmeeres erstreckte. Und er findet an diesem heißen Oktobertag den Beweis. Ein uraltes Steinrelief. Nebukadnezar, König von Babylon, so besagt die Inschrift. Mit dem letzten Tageslicht gelingt Henri Ponyon eine sensationelle Fotoaufnahme. Bis heute das einzige Abbild, das von Nebukadnezar erhalten ist. Ein verwittertes Steinrelief, mehr nicht. Nur eine undeutliche Ahnung, in die sich alte Mythen und Sagen mischen. Schon die Bibel nennt den mächtigen Herrscher beim Namen. Und schon hier, im Buch des Propheten Daniel, vermischen sich Wahrheit und Propaganda. Der Hochmut Babylons soll Gott so sehr erzürnt haben, dass er Nebukadnezar, den mächtigen Herrscher der Stadt, in eine wilde Bestie verwandelte, so berichtet der Prophet. Sein Haar wuchs wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelklauen. Der ganze biblische Zorn entlädt sich in diesen Worten. Der Zorn des Alten Testaments, der seinen Ursprung in einem wirklichen, einem historischen Drama hat. Jerusalem, die heilige Stadt Davids, Heimstatt aller Juden. Vor 2600 Jahren ist sie noch nicht die ausgedehnte Metropole von heute. Geschützt hinter einer Stadtmauer bewohnen nur ein paar tausend Judäer das kleine Gebiet um den Tempelberg. Nebukadnezar ist es, der diesen steinernen Ring sprengt und die heilige Stadt dem Erdboden gleichmacht. Ein altes Steinrelief zeigt, was damals passiert sein muss. Mithilfe von Wehrtürmen überwinden die Babylonier die Stadtmauern. Der überlegenen Militärtechnik ist kein Verteidiger gewachsen. Metallrüstungen, Steinschleudern, planvolle Angriffstaktik. Die ausgeklügelte Belagerungsstrategie ist ebenso wirkungsvoll wie die enorme Durchschlagskraft der Pfeile, die tausende von Bogenschützen abschießen. Nebukadnezar betreibt konsequente Eroberungspolitik. Die jüdischen Anführer werden niedergemacht, das Volk als Kriegsbeute nach Babylon verschleppt. Für die Juden ist das die schreckliche Katastrophe, der Zorn Gottes. Und Babylon, das verhasste Exil, wird zum biblischen Trauma, zum Sündenbabel. Jetzt, im Jahre 586 v. Chr., ist auch Jerusalem Teil des riesigen Babylonischen Reiches geworden. Von den Grenzen Ägyptens aus erstreckt es sich über Palästina, den Libanon, das heutige Syrien und den Irak bis an den Persischen Golf. Ein Weltreich für antike Verhältnisse. Sein Zentrum, Babylon. Noch heute sind im Irak die berühmten Mauern von Babylon zu besichtigen. Aber nur ihre Fundamente sind wirklich original. Die Gebäude, die erst vor 20 Jahren wieder aufgebaut wurden, sind nichts als Rekonstruktionen, archäologische Erinnerungen. Doch geben sie der Fantasie eine Ahnung von der Pracht und Größe dieser antiken Metropolis. Dieser Urstadt voller Sagen und Legenden. Und voller wirklicher Wunder. Die massiven Ziegelmauern von Babylon waren eines der sieben Weltwunder der Antike. Und noch ein zweites soll in Babylon zu bestaunen gewesen sein, so erzählen die alten Geschichtsschreiber. Die hängenden Gärten der Prinzessin Semiramis, der sagenhaften Geliebten Nebuchadnezzars, deren historische Spur sich aber in der Märchenwelt dieser Stadt verliert. Die Wirklichkeit Babylons, sie ist verborgen hinter Geschichten aus tausend und einer Nacht. Noch nicht einmal der Grieche Herodot, der bereits 100 Jahre nach Nebuchadnezzars Tod Babylon bereist haben soll, vermag zwischen Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. Die Hauptstadt der Babylonier, so schreibt er, sei ein einziges Wunder. Herodot erzählt staunend von den sagenhaften Ausmaßen des Turms zu Babel, über seine Funktion fantasiert er aber nur. Und die Stadt selbst fasst er in übertriebene Zahlen und Maße, wie sie ihm seine fantastische Vorstellung ausmalt. 16 Meter breite Straßen, 25 Meter dicke Mauern, ein Stadtumfang von 96 Kilometern. So wird die Metropole am Euphrat schon in der Antike zur fantastischen Legende. Erst der deutsche Robert Koldewai beginnt vor 100 Jahren nach der historischen Wahrheit zu suchen. Als Koldewai an den Ort kommt, wo das alte Babylon vermutet wird, sind nur noch Schutthügel auszumachen, die der Wüstensand überweht. Doch Koldewai ist sich sicher, hier liegt das sagenhafte Babelbegraben. Erste Grabungen legen Reste der gewaltigen Stadtmauer frei und bestätigen Koldewai's Vermutung. So mächtig gesichert kann nur die Hauptstadt der Babylonier gewesen sein. An den Mauerresten kann er mit Händen greifen, wovon Herodot staunend berichtete. Das ist die Babylonier verstanden, ihre Ziegelbauten mit Erdpech gegen Feuchtigkeit zu isolieren. Eine technologische Glanzleistung. Koldewai ist jetzt besessen von der Idee, das ganze sagenhafte Babylon freizulegen. 18 Jahre lang, noch während des Ersten Weltkriegs, gräbt er fast ohne Unterbrechung. Die Ziegel aus dem Wüstensand führen schnell auf die Spur des legendären Herrschers. Was kein früherer König getan hat, tat ich, Nebukadnezar. So ist auf Keilschriftstempeln zu lesen. 2500 Jahre nach dem Tod des Herrschers gibt der Wüstensand die Metropole am Euphrat wieder frei. Auch heute noch sind die Erben Koldewais mit Schaufel und Hacke unterwegs. Die Ausgrabungen, die im heutigen Irak vor 100 Jahren begannen, waren gerade mal ein Anstoß für die archäologische Zeitreise zurück ins babylonische Weltreich. Hier in Sippa, gute 50 Kilometer von Koldewais Ausgrabung entfernt, entdecken wir eine neue archäologische Sensation. Eine Bibliothek aus der Zeit Nebukadnezars. Nicht Kunstwerke oder Edelmetalle sind es, auf die die Wissenschaftler hier hoffen. Es ist ein größerer Schatz, der hier gehoben wird. Keilschrifttafeln. Jahrtausende alte Schriften, die uns das Wissen aus der Zeit Nebukadnezars überliefern. Über 300 Schrifttafeln bergen die Archäologen. Wertvolle Texte, die von Ritualen und Mythen erzählen, von Kriegen und von goldenen Zeiten. Die Bibliothek von Sippa, sie ist eine Fundgrube des Wissens. Wissen, das aber zunächst einmal entschlüsselt werden muss. Dabei ist die Übersetzung der Texte ein Wettlauf mit der Zeit. Denn wie hier im Museum Bagdad, müssen Keilschriftexperten wie Professor Sommerfeld dem Zerfall der uralten Schriften zuvorkommen. So haltbar diese Tafeln im Vergleich zu Schreibpapier auch sein mögen, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen lassen den Ton oft in kurzer Zeit mürbe werden. Das Wissen Babylons zerfällt dann zu Staub. Wissen, dessen genaue Details uns ins Leben der Menschen von Babylon entführen. Zu Ereignissen wie demjenigen, das vor ueber zweieinhalb Jahrtausenden die Babylonier in Angst und Schrecken versetzte. Eine Mondfinsternis. Wenn der Mond verschwindet, so ueberliefern die alten Schrifttafeln, muessen Priester ueberall in der Stadt Feuer entzünden. Die Menschen laufen in den Straßen zusammen und bedecken mit ihren Kleidern das Angesicht. Gebete und Gesenge erfuellen die ganze Stadt. Die Soldaten des Koenigs tauchen ihre Hände in dunklen Lehm und bestreichen vollstaendig ihr Gesicht. Nur so kann der Mond, der in der Vorstellung der Babylonier ein Gott mit Namen Sin ist, besenftigt werden. Nur so wird dieser Gott bereit sein, sich wieder den Menschen zu zeigen. Reportagen aus einer versunkenen Welt. Glücksfälle fuer die Forschung. Dokumente, die die Wissenschaftler heute mit modernster Hightech-Methode sichern wollen. Auf solchen Glasplatten kann das Wissen des Alten Orients gespeichert werden. Fuer immer. Holografische Fotografie, so heisst die Methode, bei der Laserlicht die Oberfläche der Kaltschrifttafeln abtastet. Ueber ein Spiegelsystem wird die fotografische Platte belichtet und im speziellen Entwickler fixiert. Wunder der holographischen Technik, die hier im Labor fuer Biophysik der Universitaet Münster entwickelt wurde. Die Tontafel erscheint auf der Fotoplatte dreidimensional. Die Wissenschaftler koennen jetzt die Keilschrift in ihrer ganzen Räumlichkeit erfassen. Wichtige Voraussetzung bei der Uebersetzungsarbeit. Die Bildauflosung der Holografie ist so enorm, dass nun auch einzelne Keilschriftzeichen unter dem Mikroskop untersucht werden koennen. Ohne dabei das Original zu gefährden. Und noch ein wissenschaftlicher Traum wird Wirklichkeit. Die Holografie kann ins Internet gestellt werden. Entschlüsselungsteams auf der ganzen Welt koennen so gemeinsam den wissenschaftlichen Schatz heben. Die Völker der Sumerer, Babylonier, Assyrer waren schreibwütig. Sie haben alles festgehalten, was ueberhaupt nur aufzuschreiben war. Briefe, Urkunde des taeglichen Lebens, aber auch das gesamte Wissen der damaligen Zeit, die Literatur, die Mythen, die Astrologie. Alles, was wir wissen, wird uns vermittelt ueber die Tontafeln. Zeugnisse einer uralten Kultur. Sie geben ueberraschende Details preis, wenn man sie richtig zu deuten versteht. Die münchner Medizinerin Martha Hausperger gehört zu den wenigen Spezialisten, die Kallschriftfunde entschlusseln koennen. Das Verblueffende, die Expertin stoeßt dabei immer wieder auf Textpassagen, die grosses medizinisches Wissen offenbaren. Aber auch auf praktische Notfallregeln, z.B. bei einem Kreislaufversagen. Wenn jemand krank ist, lege seinen Kopf nach unten und die Fueße nach oben. Schlage seine Wangen vorsichtig und spreche immer wieder, es wird gut werden. Die psychologische Betreuung des Kranken steht in vielen Texten an erster Stelle. Oftmals wird sie konkret in der Beschwuerung, mit der die Priester auf den Kranken einwirken. Aber auch hohes medizinisches Know-how und wirksame Naturmedizin standen den babylonischen Ärzten vor zweieinhalb Jahrtausenden zur Verfügung. Bei bestimmten Magenbeschwerden wird ein Kräuterklistier empfohlen. Ja, sogar die chirurgische Öffnung des Bauches wird im Detail erörtert. Lässt sich von den Ärzten Babylons vielleicht noch heute etwas lernen? Also ich glaube, dass man damals halt dem Kranken mehr Zuwendung gegeben hat. Weil man ja keine Möglichkeit hatte, mit vielen Therapien zu arbeiten, weil es die alle noch nicht gegeben hat. Also musste man zuhören, man musste dem Kranken das Gefühl geben, hier ist jemand, der hilft dir. Und in dem Moment, wo ein Kranker das Gefühl hat, mir wird geholfen, dann springen diese ganzen Funktionen an, dass auch der Körper mal eine Krankheit zum Bessern wenden kann. Und das sind, glaube ich, Sachen, die wir heute übersehen, dass das auch notwendig ist, dass die Psyche mit eingebunden werden muss. Wissen einer großen Kultur. Vor 100 Jahren lag es noch unberührt unter dem Leichentuch des Flugsandes, wie es Koldewey formulierte. Und auch heute noch vermuten Wissenschaftler tausende von Texten im Boden Babylons. Ungehobene Schätze. Die Metropole Nebukadnezars ist immer noch das Geheimnis, das sie für Koldewey war. Unwillkürlich, so schreibt er, erinnert das Ruinenfeld an den Fluch des biblischen Propheten. Und Babel soll nimmermehr bewohnet werden und niemand drinnen hausen. Hat sich der biblische Fluch tatsächlich erfüllt? Babylon ein ewiges Rätsel? Konnte Koldewey ahnen, dass schon 100 Jahre später ganz neue Methoden entwickelt würden, um das Geheimnis Babylon zu lüften? Raketen zum Beispiel. Diese russische Sajus trägt einen Aufklärungssatelliten ins All. Noch zu Zeiten des Kalten Krieges sollte mit dieser Technik feindliches Territorium ausgekundschaftet werden. Spionagefotos aus dem All. In diesem glühenden Körper, der auf die Erde zurückstürzt, befinden sich 150 Satellitenfotos. Darunter auch eines vom 32. Breiten- und 44. Längengrad. Irakisches Territorium. Moskau. Leningradsky Prospekt 47. Einst Zentrale der militärischen Aufklärung der UdSSR. Heute kann man das 007-Know-how mieten. Die Spionagefotos aus dem All, sie sind für die Luftbildarchäologie von unschätzbarem Wert. Aus der extremen Vogelperspektive kann der Fachmann oft wertvolle Hinweise gewinnen. Umrisse von ehemaligen Bauwerken, die unerkannt im Boden schlummern, werden auf den Luftbildern durch Farb- und Vegetationsveränderungen erkennbar. Das gilt auch für das kleine Fleckchen, das die Satellitenkamera aus 270 Kilometern detailscharf für uns abgelichtet hat. Das alte Babylon. Zum ersten Mal auf einer Satellitenaufnahme zu sehen. Der Computer vergrößert Schritt für Schritt hier das Gesamtgebiet der ehemaligen Stadt. Oben links der moderne Palast Saddam Husseins. Gleich rechts daneben das Gelände, das Koldewai archäologisch erkundete. Das Luftbild macht deutlich, nur dieser kleine Bruchteil der alten Stadtfläche wurde bis heute archäologisch erfasst. Vom Erdbuden aus gesehen dennoch eine beeindruckende Rekonstruktion. Die gewaltigen Mauern, die weiten Plätze, aber auch die verwinkelten Seitengassen lassen ahnen, wie großstädtisch es in dieser Metropole einst zugeht. Musik Hunderte verwinkelter Gassen. Dutzende von großen Plätzen und doch nur ein kleiner Teil des einstigen Babylon. So weit wie auf diesem Luftbild erstreckte sich in Wirklichkeit Nebukadnezars Stadt. Sie war über 60 Mal größer als die heutige Rekonstruktion. Und noch heute deutlich aus der Vogelperspektive auszumachen, ein Gebäude, das zu einer eigenen Legende werden sollte. Der Turm zu Babel. Heute nichts weiter als ein Wassertümpel. Die Luftaufnahme zeigt, dass der Bau offenbar quadratisch angelegt war. Die Rekonstruktionen mittelalterlicher Maler sind also nichts als Fantasie. Der Turm zu Babel, er war kein Rundturm, sondern ein quadratischer Stufenbau. Vermutlich fast 100 Meter hoch. Das mächtige Bauwerk, das hier einst stand, hat die Fantasie in aller Zeiten angestachelt. Der Turm zu Babel wurde mehr noch als die Stadt zu einem Symbol für zügellosen Hochmut, der vor dem Fall kommt. Herodot, der Vater der Geschichtsschreibung, hat den Turm zu Babel wohl noch halbwegs erhalten gesehen, auch wenn schon unter dem Sohn Nebukadnezars der Verfall der Metropole begann. Zumindest in seiner Fantasie konnte Herodot sich ausmalen, wie prächtig einst die königliche Prozession den Aufstieg begann. Den Aufstieg hinauf zum blauen Hochtempel des Stadtgottes Marduk. Die Stadtgottes Marduk Der Weg hinauf zum Stadtgott Marduk, das war ein Weg in den Himmel, ein Weg zu den Sternen. Und ganz oben, am höchsten Ort des massiven Stufentempels, da wohnt Gott Marduk. So berichtet Herodot. Auf einem goldenen Bette, so fabuliert er, liege eine babylonische Jungfrau, die Vermählte des Gottes. Und von Zeit zu Zeit erscheine der Gott auch selbst. Marduk, der göttliche Herrscher, der große Gott Babylons, der Gott, der alles weiß, der alles sieht. In Herodots fantastischem Bericht vermischen sich Traum und Wirklichkeit. Auch er kann nur erzählen, was man zu seiner Zeit in den verfallenden Straßen von Babylon raumt. Unserer Gegenwart sind nur noch Ziegeltrümmer geblieben, um das Geheimnis der Zikorats, der babylonischen Tempeltürme zu lüften. Noch in Sichtweite von Babylon, in Borsippa, ragt die gewaltige Ruine eines anderen Turms in den Himmel. Heute vermuten Wissenschaftler, dass diese Türme nicht nur Tempelanlagen waren, wie Herodot berichtet, sondern dass von hier aus die babylonischen Astronomen den Lauf der Sterne studierten. Was Nebukadnezar und seine Astronomen in den Sternen suchten, das waren aber nicht naturwissenschaftliche Fakten. Für sie waren die Himmelskörper Götter. Und im Ablauf des großen, des kosmischen Ganzen sollte sich alle Wirklichkeit auf Erden widerspiegeln. Der Blick in die Sterne, auf Sonne, Mond und auf die fünf bekannten Planeten, das war ein Blick in die Zukunft des irdischen Lebens. Deutsches Museum München. Hier im Planetarium können wir dem Sternenwissen der Babylonier näher kommen. Der programmierbare Projektionsrotor kann uns ein Bild machen vom Nachthimmel, der vor zweieinhalb Jahrtausenden über Babylon stand. Die Zeitreise beginnt. Und am künstlichen Himmel des Planetariums erleuchten tausende von Sternen so, wie sie einst Nebukadnezar sah. Über Jahrhunderte haben die Babylonier allabendlich diesen Himmel nach Zeichen durchsucht, nach Auffälligkeiten, nach Zusammenhängen. Besondere Sterne wuchsen zu Familien zusammen, wie die Zwillinge, die Torhüter des Himmels. Der Wassermann bestimmte vom Himmel aus den Lauf aller irdischen Quellen. Ein Mischwesen aus Pferd und Mensch, der Schütze, war ein mächtiger Helfer in Not und Krieg. Und als gefürchtete Kraft galt der mythische Stier, der ganze Städte zermalmen konnte. Die Babylonier sind die Erfinder der Sternzeichen, wie wir sie noch heute kennen. Sie unterteilten das Himmelsfirmament in zwölf Tierkreiszeichen und dokumentierten den Lauf der Sterne. Vielleicht beherrschten sie sogar die Technik optischer Vergrößerung, den Bau von Fernrohren, wie dieses Fundstück eine geschliffene Quarzlinse nahelegt. Sicher ist, dass die Babylonier große mathematische Kenntnisse entwickelten. Geometrietafeln beweisen, dass schon in der Welt Nebukadnezars der Satz des Pythagoras bekannt war. Die Astronomen Babylons haben das Wissen der alten Welt reich vermehrt, schrieb Koldewai begeistert. Und dass das Dach der Hochtempel einen idealen Standplatz für sie bot, ist leicht einzusehen, meinte er. Zu beweisen ist das bis heute nicht. Vieles ist Spekulation. Der Mythos Babylon lebt von vielen Geheimnissen, die der Wüstensand überweht hat. Und von einer grandiosen Bauleistung, die Koldewai wiederentdeckte. Das blaue Stadttor von Babylon, das der Göttin Ishtar geweiht war. In seinen Telegrammen nach Berlin schwärmt Koldewai von der eigenartigen Schönheit der Ziegel. Im fernen Deutschland ist man von so viel orientalischer Exotik begeistert. Kistenweise werden die blauen Ziegelbrocken nach Berlin transportiert, gewaschen und sortiert. Der Wiederaufbau des Ishtar-Tors auf der Museumsinsel in Berlin beginnt. Babylon in Berlin. Das große Stadttor Nebukadnezars. Nach zweieinhalb Jahrtausenden hat es eine Reise von 5000 Kilometern gemacht. Und mit ihm die Tierdarstellungen, die so typisch sind für den besonderen Stil babylonischer Kunst. Tiere, die die Babylonier als Begleiter der Götter verehrten. Und deren Bilder an den Wänden der Prozessionsstraße einst jeden Besucher in das Zentrum der Stadt geleiteten. Und wie überwältigend muss das frische Blau der Ziegel auf jeden gewirkt haben, der aus der Hitze der Wüste in die Stadt der Wunder eintrat. Blaue Ziegelglasur. Wie war es vor zweieinhalb Jahrtausenden möglich, eine so außergewöhnliche Technik zu entwickeln? Der Chemiker Stefan Fitz hat Ziegelbröckchen aus Babylon spektral-analytisch untersucht und kennt das Geheimnis. Gemeinsam mit dem Keramik-Spezialisten Andreas Fritsche kann er das komplizierte technische Verfahren demonstrieren. Wichtig vor allem eine peinlich genaue Rezeptur, wenn in einem ersten Schritt Sand und Soda aus Pflanzenasche zur sogenannten Fritte, dem Glasurgrundstoff, verschmolzen werden. Heute im computergesteuerten Ofen. Wie allerdings die Babylonier exakt 950 Grad kontrollieren konnten, bleibt ihr Geheimnis. Das ist Fritte. Ein Rohglas, das im weiteren Verfahren zu so staubfeinem Pulver zermahlen werden muss. Eine äußerst geringe Menge Kobalt und Kupferoxid wird beigegeben. Die Mischung dieser Chemikalien erzeugt das leuchtende Blau. Wie aber konnten die alten Babylonier die Metalloxide so gleichmäßig dosieren? Ein ungelöstes Rätsel. Uns steht eine milligrammgenaue Apothekerwaage zur Verfügung. Destilliertes Wasser macht aus der Pulvermischung zuletzt einen cremigen Brei. Die fertige Glasur. Mit 20.000 solcher glasierten Ziegel war das Ischta-Tor verkleidet. Mit einem Gewand aus leuchtendem Blau, dem Abbild des Himmels. Denn die Straße vor und hinter dem Ischta-Tor war der Weg der Götter, die Prozessionsstraße, auf der das große Neujahrsfest gefeiert wurde. Für Gott Marduk und Nabu befestigte ich das Innere der Straße und darüber legte ich eine mächtige Anfüllung aus glänzendem Staub. Möget ihr Götter fröhlich wandeln auf diesem Weg. So ließ Nebukadnezar auf seine Ziegel tausendfach drucken. Turm zu Babel, Ischta-Tor und Prozessionsstraße. Sie sind Werke der Gottesverehrung. Steingewordene Gebete. Und jede Grundsteinlegung ist magisches Ritual. Alle Mittel des Lebens, die Lebensmittel, Öl, Milch, Bier, Datteln, haben kultische Bedeutung, wenn König und Priester den Boden bereiten, für ein Bauwerk im Angesicht der Götter. Die alten Tontafeln erzählen von diesem magischen Ritual, nennen alle Einzelheiten. Sahne, Honig und Bier werden über den ersten Fundamentziegel gegossen. Reiche Gaben der Götter. Lehmgebrannte Statuetten, Götterboten, werden auf diese heilige Basis gestellt. In der Hand hält jede von ihnen einen metallischen Stab, das göttliche Machtsymbol. Einem Opferschaf wird der Mund mit duftendem Wacholder gewaschen, mögen die Götter das Geschenk wohlwollend entgegennehmen. Weißes, gereinigtes Mehl, die heilige Frucht des Bodens, sie wird über den Götterboten ausgeschüttet. Wachstum und reiches Gedeihen werden auf das zukünftige Bauwerk übertragen. Dann werden die magischen Figuren in der Erde vergraben, in der Erde, die später das neue Bauwerk tragen wird. Mögen die Gebäude längst zerfallen sein, die magischen Gründungsfiguren überdauerten im Boden. Bis heute. Auch Herodot berichtet von Ritualen und Kulten. Aber verstanden hat er, der antike griechische Tourist, sie wohl nicht mehr. Die magische Kultur Babylons, sie war zu seiner Zeit schon längst im Niedergang begriffen. Was blieb, das war das Staunen über die sichtbaren Bauleistungen, wie die Stadtbauer. Herodot erlag dieser Faszination vollständig. Denn seine Maßangaben sind völlig übertrieben, so glauben die Wissenschaftler heute. Die archäologische Forschung geht neue Wege. Was hier entsteht, das ist das siebte Weltwunder. Die babylonische Mauer. Allerdings im Maßstab 1 zu 100. Laserstrahlen ermöglichen die tausendfache Ausstanzung von Zinnen, aber auch die feine Oberflächenprofilierung der verfugten Ziegelmauer. Noch nie zuvor ist Babylon mit Hilfe so moderner Technik wieder auferstanden. Was unsere Spezialisten hier leisten, ist aber mehr als Spielerei. Es ist experimentelle Archäologie. Denn im Modell werden die falschen Angaben Herodots sofort auffällig. Die Zahl der Zinnen zum Beispiel passt nicht mit der angegebenen Länge einer Mauer überein, wenn die überlieferten Maße in die Modellwirklichkeit übertragen werden. Keine utopischen 96 Kilometer, wie Herodot angibt, umfasste die Stadtmauer, sondern wohl nur 19. Und die gewöhnlichen Häuser waren lediglich ein- bis zweistöckig. Genau wie heute in amerikanischen Großstädten durchschnitten die Straßen ziemlich geradlinig das Häusermeer. Eine moderne Stadt vom Reißbrett, mit einem gewichtigen Unterschied, wie Professor Frommer und Modellbauer Bernd Kammermeier meinen. Babylon war eine riesige Festung. Die kleinen Häuser waren vollständig abgeschirmt von einer gewaltigen Doppelmauer. Mit der Waffentechnik der Zeit wäre diese Stadt nicht einnehmbar gewesen. Sicherheit und harmonische Schönheit. Die Spezialkamera kann uns ein Bild machen vom überwältigenden Eindruck, der das Lebensgefühl der antiken Großstadtmenschen geprägt haben muss. Nichts auf der Welt war vor 2500 Jahren mit diesem Bild vergleichbar. Damals war Rom noch ein Lehmdorf. Konstantinopel existierte nicht. Und es sollten noch mehr als 2000 Jahre vergehen, bis in New York das erste Haus gebaut wurde. Was ich tat, tat niemand vor mir. So hat Nebukadnezar seinen Ruhm verewigt. Herodot besuchte eine bereits verfallende Stadt. Er betrat fasziniert die große Prozessionsstraße, die mit Asphalt und Steinplatten befestigt war. Wie aber die Menschen hier lebten, wie sie ihre Kulte feierten, darüber konnte auch er nur spekulieren. Man muss sich ein Fest so vorstellen, dass im Mittelpunkt die sehr eindrucksvollen Götterbilder standen, groß, feierlich ausgeschmückt, farbig. Der König war dabei, die wichtigen Priester. Es wurde gesungen, es wurden Feuer abgebrannt. Und diese Art von Religiosität ist auf ähnliche Weise in Indien noch zu finden. Wir haben ja keinen Zugang mehr zu den Religionen des Alten Organs. Wir können den Festen ja nicht teilnehmen. Aber wenn wir die Atmosphäre spüren wollen, wie ungefähr ein Babylonier seine Religion erlebte, wie er sie auf den Festen unmittelbar zu spüren bekam, dann finden wir in Indien sehr viele Parallelen, die uns zumindest einen atmosphärischen Zugang ermöglichen. So könnte sie ausgesehen haben. Die große Prozessionsstraße von Babylon am Neujahrstag. Das religiöse Fest, das die Menschen in Puri, Ostindien feiern, hat auffällige Ähnlichkeit. Genau wie in Babylon, so werden auch in Puri die Götter aus dem Tempel geholt, feierlich bekleidet und auf heilige Wagen verladen. Eine uralte religiöse Tradition, die vielleicht von Babylon nach Indien wanderte oder andersherum. Niemand weiß es. Der König von Puri wie eine Wiedererscheinung Nebukadnezars. Ein prachtvoller, feierlicher Einzug. Auch der König muss bei diesem Fest sklavisch den magischen Regeln folgen, den Regeln der Götter. Wie einst Nebukadnezar, so muss auch er den Götterwagen rituell reinigen. In diesem Ritus wird sein Königtum legitimiert. Der Bund zwischen ihm, Gott und Volk neu geschlossen. Die ganze Bevölkerung ist eingebunden in dieses ekstatische Ritual. Und gemeinsam ziehen alle schließlich an dicken Tauen das Göttergefährt durch ihre Stadt. Religion ist hier nichts Abstraktes, sondern körperlich spürbar. In der Anstrengung, in der Ekstase, im Jubel. Die Hauptstraße von Puri. Sie ist wie eine Erinnerung an Babylon. Widerschein einer Welt, die untergegangen ist und von der uns heute nur noch ein menschenleeres Modell geblieben ist. Auch der Mann, der Babylon dem Vergessen entriss, Robert Koldewey, hatte 18 Jahre lang doch nichts anderes als Ziegelschutt in Händen gehalten. Die lebendige Welt des Alten Orients blieb auch für ihn Fantasie. Babylon. Ein Ruinenfeld unter Palmen. Nur Staub an den Schuhen. Niemand soll mehr drinnen hausen. Für und für. So hatte der Prophet Jesaja geweissagt. Der Weltstadt-Traum Babylon zerbrach über Nacht. Ganz plötzlich und unspektakulär. Vielleicht ist es die größte Tragik dieser Stadt, dass ihre wundermächtigen Mauern niemals einem wirklichen Feind standhalten mussten. Die Aushöhlung der Macht kam von innen. Nebukadnezars Nachfolger Nabonid wurde von seinen eigenen Priestern verstoßen. Die Stadt verfiel. Und dann war Babylon plötzlich nichts mehr als eine Randnotiz der Weltgeschichte, die längst woanders weitergeschrieben wurde. Babylon, das Tor der Götter, war nur noch eine uralte Legende. Ein verwehter Mythos. Das Urbild aller Metropolen dieser Welt. Das Urbild aller Metropolen dieser Welt.